Hallo, und willkommen zu nächsten Folgen des 17 Multiplayer-Projekts mit Maurice, hallo. Hallo, ich höre einen zweiten Anlauf. Ich weiß, was ich wollte, ja. So, weiter geht's. Wir sind ein paar Stunden vergangen bis heute der letzten Aufnahme. Oder, ja, so ein paar Stunden vergangen. Ja, gerade noch FFA aufgenommen. Oh. Oh. Jetzt nur noch die letzten zwei Folgen Multiplayer-Projekts. Oh. Ich weiß jetzt eigentlich doch nicht, dass ich hier durchkomme. Nein. Wartig. Sorry. Ja, ganz wieder. Ich würde jetzt nicht bis hier innen bleiben. Kommst du mal heute noch? Ja, ich komme nur. Ich glaube, auch nicht zu schnell. Ich kann nicht eigentlich direkt wieder daneben fahren. Warte, ich zieh mal kurz wieder auf die andere Seite. Hm. Jetzt bin ich nicht gehaft. Was war denn da? Ja, ja. Hm. Jetzt kann ich endlich daneben fahren. Ah, jetzt geht's. So, dann machen wir jetzt diese Folge, dass FF war kalt. Nächster. Ja, das war schon mal. FF war kommen. Ich wusste gar nicht, dass wir in der BGA auch nur auf Meister hatten. Ja, doch. Doch, 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 doch. Da war doch was. So, ich habe mich gerade vergessen. Ah. Nein, nein, wir haben schon mal eine Eifel-Runde geschafft. Und ich bin gleich voll. Voll. Gau, ich bin schon der Zeit um... Dings. High Profit. 2,7 Billionen habe ich. Ich will es jetzt aktuell nicht im Hintergrund aufhaben, wenn ich aufnehme. Deswegen, deswegen warte ich jetzt... Warte ich jetzt, bis ich fertig bin gleich. Und starte ich das Spiel auch wieder. Ich muss ja noch codieren und dann hochladen und... YouTube schauen muss ich auch noch. Von heute und von gestern. Räuft bei mir. Räuft. Ich brauche da noch irgendwas Süßes, ey. Ich habe keine Ahnung, so einen Hals. Richtig komischen Schmack. Okay, nein. Ich brauche nichts Süßes. Ich habe vorhin mal eine Schnüre gehabt. Die... Ich brauche gleich noch ein bisschen, das steht fest. Das wird es mal was schreiben. Der Arm ist ja noch lang. Ja, für mich auch noch. Warum musst du nicht so nichts mehr machen. So, ich gehe doch bei dem... Wie heißt der? Der auf Bonn und hier ist, ich kann es gar nicht sehen. Nuis. Nuis, ja. Ja, der hat auch noch und so, da geht gar noch mal drauf. Auch noch mal. Auch, nein, ja, ist ja schlimm. Weil Standardkarten oder was hat der da laufen? Keine Ahnung. Wir werden es gleich sehen. Ja, das ist doch anstrengend. Ja, das ist toll. Jetzt kommen wir in der nächste Zeit. Ja ich auch, boah hier ist Luft drin, ich hab jetzt die Heizung aufgemacht, ich hab jetzt die Tür wieder aufgemacht, um jetzt die ganze Süff hier raus geht. Oh, Moment. Ja ich hab mir ja voll ey. Hm, okay gut. Oh, da kommt ein Produkt für die PGA. Oh ja. Das werden ein paar Machen. ist müssen ansprich oder müssen Wir müssen mal gucken, welche Projekte wir aktuell haben, welche wir fortfilmen und welche wie wir fortfilmen und dann müssen wir mal gucken, wie wird die Wattler am besten liegen. Können wir jetzt gleich nochmal ganz kurz drüber korten, wenn wir fertig sind. So, und wieder BGA. Wow. Wow. 5 Stunden L.S. Wow. Fun. Heute? Ja. Na ja, wir schaffen das alles noch. Mal schauen, ob wir nächste Woche Freitag aufnehmen, Freitagnachmittag am besten. Ja, irgendwie so, ne? Wenn ich Amster wieder zur Schule soll, oder gegen 5 zur Schule, dann müssen wir spätestens gegen 4 fällig sein. Nicht schlecht. Na ja, das kriegen wir schon. Oh, ein Willi ist auf seinem Weg. Ich fahr jetzt mal aus Cockpit-Perspektive. Ach, scheiß. Vielleicht muss ich es doch auch mal ernten. Hehehe. Das hat heute echt wieder Zeit gemacht. Ja, weil das gut ist. Bei dem Deutschland sieht es wenigstens auch, was du erntest. Du kannst wirklich alles gut sehen. Bei anderen, da siehst du ja nur das halbe Schneidwerk. Nein. Ja. Soll es sein? Ja. Es ist Samstag. Framstag. Ja. Ja, aber heute schon Samstag. Ach so, ja. Ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja. Dann wir Freitag an, weiß ich auch, dann steht ja auch nicht da oben. Ja. Ja. Oh mein Gott, ist es abends. Hallo, es ist kurz vor 10. 20 vor 10, hallo. Und ja, wir drehen immer noch um. Let's play. Voll ey, unglaublich, ey. meinst du bei instagram uns selbst vorbeigucken habe ich nicht also kann ich mir umso mehr zeit lassen sie schon alle war und die alte trinken wir haben sich ein jahr und trinken hat die anderen machen ich habe mich auch nicht was die mit dem zukunft waren wir nehmen ganzen freitag abend für die komplette nächste woche das ist halt vertreibt kann ich mir 222 mit 223 gar nix gesehen Wir haben gerade hier in der Tyrolos zu Freude gegessen, Sonnzeit. Das habe ich gerade hier im Bilde. Kann man zum Ohne warten, denn. Hast du mich gehört? Ja, irgendwas mit Kyrolos und Freunde. Ja, das hat er mir jetzt etwas mitbekommen. Ich wollte gerade noch auf die Taste drauf und zum Newton aber wahrscheinlich zu spät. Richtig schön fetten Rot seiner Nase, in einem Video wollte ich sagen. Ja, auf mein Mikrofon, das stimmt. Ach, das ist das Mikrofon, ich mach mir gar nicht ein Süßchen, ey. Hm, in einem Strington. Ach Gott, ey. Ach, wieder da. Mal abladen, jeder ist schon richtig zügig. Ja, leider ist schon wieder viel zu sehen, hatte ich mir ein Hände mit dem Moment habe. Läuft doch perfekt hier. Ich spiel gerade nur mit den 1 oder 2 Tassen beim Fahren. Wohl nur längst natürlich. Warte, ich hol dich auf. So jetzt. Läuft doch nicht. 19% Schafneide. Fuh, Fuh, Fuh. Ich soll doch gleich erstmal nach. Ja, guck mal nach. Ich fahr mal hier mit nem kleinen Ratten allein. Ja, macht das. Wir haben mir ja jetzt extra dafür gekauft. Das Ding macht's echt sehr gut bezahlbar. Ich muss echt sagen, das Ding macht Spaß. Äh. Ach. Was? Äh. 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 Nicht das anhört, ey. Äh. 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 Jetzt siehst du ja auch was davor. Der sagt doch nix. so ich komme wieder zurück ja kann sein nur hier ist also ja das war so mit der nächste Folge von unserem LSP wenn euch die Folge feiner das auf jeden Fall ein Abo da abonniert unseren Kanal ja sei es gleich jetzt gleich auf jeden Fall dieses Video ich habe hier weiter wo wir schreiben vorbei was findet ihr alle wichtigen Links zu allen anderen Kanälen zu unserer Homepage und allem anderen wichtigen in dem Sinne bis zum nächsten Mal Ciao Ciao und Bye Bye